Was ganzes Normales, ja, ja. Ich hab was sehr Einfaches. Sehr, sehr einfach. Aber ich möchte was Schönes haben. Ihr habt was sehr Einfaches. Lasst euch Zeit. Ich will es wunderschön haben. Aber wir haben jetzt so viel Zeit. Ja, glaub mir, dafür hast du genug. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was ich daran erinnern kann. Zum Ersten, zum Zweiten und zum... Da hat jemand wieder Bock auf, wer bietet mehr. Boah. Oh, das hatten wir doch schon, oder? Oh ja. Ich glaub, Marco hat meinst du. Aber wir hatten es nicht in dieser Form. Okay. Gut, ich probier's mal. Wie kann man, wie kann man sowas einfach so behindert malen, ne? Ouch. Ich mein mich tatsächlich. Äh, okay, also wer sich das nochmal ausgetaucht hat. Oh Mann. Kacke. Nicht gut. Ich bin nicht glücklich. Hey, ich kann verstehen, wenn man sich nicht erkennt. Ja, ja. Das geht mir so auch in der Art. Okay. Ich erkenne alles, aber wie kombiniere ich das? Was sagt mir der Pfeil? Hat die Farbe des Hintergrunds so eine bestimmte Bedeutung? Ein Pfeil zeigt immer eine Richtung, ne? Ja. Und so Striche hinter oder vor einem etwas, das bedeutet immer die Richtung. Also, aus welcher Richtung es kommt. Oh, okay, Typ. Mhm. Nein, das war zu kurz. Ach, war gut. Sag mal das letzte Wort. War das so eine Tour? Was, so eine Tour? War das so eine Tour? Was? Ah, bestimmt ist es das hier. Aber was ist das oben drüber? Ach so, ja. Weil ich nicht mehr schreiben darf, ey. Das ist immer so kacke. Oh. Keine Ahnung. Mal gucken. So, ich hoffe, ihr habt euch möglich. Appletini. Oh, ich glaube, ich finde, das wäre von Anton. Schmeckt. Aber da schwimmt kein Äpfel drin. Woher soll ich denn ein Appletini kennen, bitte? Warum sollte man kein Appletini? Appletini. Alkohol. Oh, ist ja klugscheißer. Da ist Alkohol drin. Oh. Was ist das denn für eine Zitronenappel? Ein Apfelschnitt sieht nur mal so aus. Du siehst gleich mal so aus. Ein Martini mit Limette. Mhm. Grüner Martini. Appletini. Das ist sehr genau genau. Tastatur am eigenen Kopf kaputt schlagen. Ich habe es andersrum gemacht. Und Marco hat es nicht erkannt. Ich habe gesagt, der guckt da drauf. Ja, links die Striche, die bedeuten Geschwindigkeit. Ja, stimmt. Dass er voll aufgelegt ist. Der schlicht Kopf auf die A. Tja. Da. Ja. Dass das noch durchgekommen ist. Nice. Ohne Beinchen. Dass so eine Figur immer wieder aufsteht. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist so eine Figur. Weißt du, kannst du schlagen. Die steht immer wieder auf. Ja, Kind. Das ist Typ ohne Arme und Beine einfach. Ja. Oder gern? Typ ohne Arme und Beine rastet vor PC aus. Weil Unreal Tournament spielen. Aber warum hat der da so Dotter auf dem Kopf? Das ist der Schlag. Ei, Dotter. Ach, weil er Eierkopf ist, oder was? Ja. Ob ich die Grütze rauskomme. Giraffe mit Haikopf erschreckt Leute im Pool. Ah, Haikmaske. Okay. Haikmaske. Giraffe mit Haikopf macht zwei Schwimmern Angst. Ah, fast, was durchkam. Wir haben halt so einen Zander alle. Giraffe mit Haikopf. Auf Menschenjagd. Dam, 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 dam. Das fünfte Elemente. Ja. Elemente. Du Scheiße. Alles klar. Gut, dass du das nicht bekommen hast. Da hab ich, äh, ne. Ah. Ah. Ich hätte vielleicht Bruce Willis daneben machen sollen. Mit frechen Lächeln. Ja, auch das, selbst das hab ich nicht hinbekommen. Was hat Marco erkannt? Vicky von den Wikingern mit eckiger Brill und Bart. Vicky von Wikipedia. Große Muschel mit einem Muschelgesicht und einem Piercing. Äh. Äh. Wo kam noch mehr? Wo war das bitte? Ah, hier war das. Ah, okay. Monsterbecher-Streckzunge-R. Ach, glaub ich hab ich ja genommen. Ah. Ah. Der hat Masern. Ah, nein. Der hat den weich verwirrt, äh. Bubble Tea. Bubble Tea mit Locken. Brateo. Dirteo. Okay. Ganz ist so komisch geworden wie das. So. Das ist an der Wigsten. Oh. Ah, das will nicht, wie ich will. Das ist bei Verbrechen häufiger so. Ah, warum? Hey, warum? Irgendwas passiert gegen Daniels Willen, auch wenn ich verbrechen. Ja. Ähm. Oh, mir ist auch noch was Gutes eingefallen. Marco, dann ändere nochmal alles. Bei dir ist es nochmal weg. Ja, ich habe was richtig Gutes. Ich werde zahlen. Was nochmal, Marco? Marco, komm. Dann mach von vorne an. Was zur Hölle? Ah. Mh. Da war ich bloß die Rechner erkennen und die Spot erkennt. Ich habe mich ganz... Ich weigere mich einfach, das zu machen. Ich mache, ich mache, ich mache, was ich sehe und es ist auch das, was ich sehe. Sei natürlich, es war so gewollt. Dann wäre es auch gut. Du warst gewollt. Ich weiß, danke. Bitte? Okay. Okay. Okay, aber das ist tatsächlich magbar. Wie zeichne ich das denn? Wie zeichne ich das? Wie zeichne ich das? Wie zeichne ich das? Oder? Oh Mann, nee. Der ist echt cool, okay. Ich glaube, er ist heil. Es gab schon lange nicht mehr so hochklassiges Zeichen. Nein! Oh, verdammt! Ach du Scheiße, was ist das? Googlen, googlen! Ich habe Daniels Anfangswunsch-Idee. Jetzt weiß ich, was es ist. Ja. Wie kommst du darauf? Vielleicht hast du persönlich schon damit Probleme gehabt. Ich glaube tatsächlich, da will ich dir aber vielleicht. Hast Plugger noch nie so viele nackte Leute gezeichnet? Äh, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß echt nicht, ob man das erkennt so. Ich bin nicht ganz fertig geworden, aber... Ach, schade. Ah, gut. Das war das Erste. Was wolltest du noch machen? Liebe stehlen? Jemand hat ihm das Herz gestohlen. So, ja. Ich habe es auch so verstanden. Diebstahl. Hallo, Diebstahl. Ich glaube, ich weiß, zu was es wird. Organhandel. Ja. Ja, gut. Der Erste stelle ist auch Organhandel. Ja. Organhandel. Ja. Sehr gut, Tjana. Passt. Sehr gut, dafür, dass es am Anfang direkt falsch war. Sehr gut. Ja, Herz zu stehlen ist aber eigentlich auch kein Verbrechen. Oh, es war doch nicht von daher. Ja, hallo, stehlen ist ein Verbrechen. Leichenschändung. Oh, ja. Schändung, Alter. Habt ihr was gegen mein Wochenende-Hobby, oder was? Nekrophili. Muss ich jetzt mal gucken. In den Bauchnabel. Das könnte aber auch nicht draufstehen. Schön in den Bauchnabel rein. Ach so, geht das nicht? Ja, doch, doch, doch. Geht so. Ah, das hätte ich von Daniel erwartet. Illegales Fischen. Angeln. Das hätte ich von Daniel erwartet. Leider nicht. Fischen verboten, missachtet. Missachtet. Was für eine Misswahl war das denn? Ja, okay. Durchgekommen. Ja. Fast so gut wie Herzgestuhl. Das war nice. Oh, das ist nice. Kaugummi klauen mit Münze an Schnur. Oh. Oh, man erkennt es ganz knapp. Aufbrechen eines Kaugummi-Automaten. Ich hab mir gedacht, dass es soweit kommt. Jo, das ist typisch Silvester. Was? Gleich die harten Geschütze, ja. Ist das jetzt illegaler Handel von Heelerware? Oder ist das jetzt... Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja gerade das Lustige. Der konnte sich scheiden lassen. Exhibitionist. Das sollte beides sein. Boah. Einfach alles, ja. Aber du versteckst von den Kunden damit. Was? Je nachdem. Je nachdem. Ich wollte gerade sagen. Nacht unterm Mantel Exhibition. Da ist es vorbei gewesen mit Tippen. Heu...? Haha, es sch jumpa! Weberermich! Ah! Ha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017